ARD Text im Auftrag von Funk Selbstverständlich! Ja, aber was steht denn heute so im Programm? Majestät, heute bitte einen Interdiener aus den Kitzbilder Alpen ohne ihn zu finden. Einen Interdiener? Na, dann schicken Sie ihn rein, den guten Mann! Jawohl, Majestät, schicken wir rein! Eure Majestät, haben Sie Hinterseher! Grüß dich, eure Majestät! Na, so nehmen Sie doch Platz! Vielen Dank! Ich habe ihn als Geschenk und passend zu Ihrer schnittigen roten Hose und ein paar von meinen Gstallabschirmen gebracht. Na, alles dann! Seifenstein, nehmen Sie mal das Gerüttel aus dem Gesicht! Jawohl, Majestät! Am besten Sie, schmeißen Sie sofort am Spirbel! Jawohl, auf den Spirbel schmeißen Sie, Majestät! Na, was verschafft mir denn die Ehre? Oh, Majestät, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich möchte Sie heute zum bärigsten Fest in den Bergen eintragen. Mann, das Nachgrösschen mit Opernball! Ha, grösser vielleicht nicht, aber eine unglaubliche Stimmung und eine bärige Musi. Mann, da müssen wir hin, da müssen wir hin! Da müssen Sie kommen, am 3. Juli nach Leogang. Ausnahmsweise mal nicht in Klitzbühel bei mir in meiner Heimat, sondern in Leogang ab 18 Uhr am 3. Juli. Na, da müssen wir hin! Da spielt das Original Berg-Issel-Sex-State. Da ziehen Sie Ihre knackigste Lederhose noch. Na, da stecken wir gleich das ganze kaiserliche Hochpalette ins Dirndl-Gwand! Ha, das gefällt mir, ja, das mag ich. Am 3. Juli, das gefällt mich auch. Ab 18 Uhr sind Sie herzlich willkommen in meiner Heimat. Was helfst du denn? Da fahren Sie gleich am besten dann in den Vierspänner fahren. Da müssen wir unbedingt hin. Jawoll, Majestät, in den Vierspänner fahren. Berg, das mag ich. Gefällt mich, wenn uns wir am 3. Juli bei mir in meiner Heimat sehen. Na, weiß dann! Dann darf man für sich wieder zurückziehen. Aber man muss aber ein bisschen drauf sein. Berg-Issel-Sex-State-Open-Ehren-Leo-Gang. 3. Juli! Ach, das wird ein... Das wird ein Riesenspaß, glaub ich. Da freu ich mich!